Hallo, mein Name ist Carsten Weide von Weide Displays. Wir sind Spezialisten für die mobile Präsentation und wir haben Präsentationssysteme von großen Konzernen bis zur One Man Show. Alles ohne Werkzeug, beste Qualität, darauf können Sie sich verlassen. Made in Schleswig-Holstein. Na, Qualität und Afterset Service. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland und unsere Lieferanten kommen aus Europa. Wir haben auch ein Showroom in Stapelfeld Prag und wer bei uns ist, kauft bei uns. Da kaufen Sie keine Katze im Stap. Denn Haptik sagt mehr als tausend Worte im Web. Wir sind einfach gut.